Hi zusammen! In der letzten Zeit habe ich ziemlich viele Anfragen für Kooperationen bekommen, die ich aufgrund der Prüfungsphase eigentlich alle abgelehnt habe. Aber nun ist wieder Soundpeats auf mich zugekommen. Ob ich dann wieder Kopfhörer testen möchte? Und wer vielleicht meinen Kanal verfolgt, weiß, ich habe schon mal ein 30 Euro Modell von Soundpeats getestet und war unglaublich überrascht, wie gut Kopfhörer für 30 Euro und weniger sein können. Und daher wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mal die Preisklasse zwischen 50 und 70 Euro zu testen. Da habe ich zum einen zum Testen bekommen die Soundpeats ER3 für um die 50 Euro und die Soundpeats ER3 Pro für um die 70 Euro. In diesem Video möchte ich die beiden Kopfhörermodelle vergleichen und herausfinden, ob sie auch hier wieder mit guter Soundqualität zu einem günstigeren Preis brillieren können. Viel Spaß! Bevor ich aber aufkläre, ob die Klangqualität der Kopfhörer erzeugt, komme ich erstmal zu ein bisschen allgemeinen Sachen über den Kopfhörern. Denn beide, die ER und die ER3 Pro, unterstützen den Bluetooth 5.2 Standard. Die Cases werden beide mit USB-C geladen. Im Case werden die einzelnen Buds geladen, denn es handelt sich um True Wireless Kopfhörer. Und ein USB-C Ladekabel ist auch mit dem Lieferumfang dabei. Der Hersteller gibt an, dass die Verbindung bis etwa 10 Meter zum Sender- und Empfängergerät stabil bleibt. Und ich habe das jetzt nicht genau getestet, aber wenn ich jetzt innerhalb meiner Wohnung rumlaufe, bei zwei Zimmer weitergehe, dann habe ich weiterhin Empfang. Und dementsprechend würde ich sagen, passt schon. Beim Thema Akkulaufzeit kann ich den Angaben des Herstellers allerdings nicht zustimmen. Denn hier wird bei den ER3 angegeben, dass sie 5 Stunden Spielzeit am Stück können und 17,5 Stunden können, wenn man sie wieder und wieder im Case auflädt, bevor man das Case wieder auflädt. Bei den ER3 Pro sieht es ähnlich aus. Hier wird es angegeben, dass man sie 6 Stunden am Stück tragen kann und 24 Stunden mit mehrfachem Aufladen im Case. Meine Erfahrung hat aber leider gezeigt, dass die Spielzeit der ER3 am Stück circa 3 Stunden sind. Man muss hierbei aber auch sagen, ich habe jetzt nicht nur Musik gehört, sondern ich war in einem Discord-Call, deswegen werden sie auch als Mikrofon noch verwendet. Aber trotzdem ist es schon ein ganz schönes Stück weg von 5 Stunden. Dementsprechend würde ich sagen, vielleicht schaffen sie ihre 10 Stunden mit einer Case-Ladung. Zumal ich aber auch sagen muss, wie oft verwende ich dann die Kopfhörer länger als 3 Stunden. Ja, aber es weicht auf jeden Fall von der Angabe des Herstellers ab. Bei den ER3 Pro ist mir da jetzt nichts weiter aufgefallen. Ich habe sie aber auch nie 6 Stunden am Stück in den Ohren gehabt. Also 6 Stunden Musik hören am Stück ist halt auch so. Man kommt das mal vor. Ich habe sie aber 4 Stunden am Stück Musik wiedergeben lassen und es hat problemlos funktioniert. Also würde ich da sagen, da ist alles in Ordnung. Und generell würde ich sagen, ihr wisst besser als ich, ob ihr mit 3 Stunden Spielzeit bei den ER3 am Stück klarkommt. Bei den ER3 Pro ist es auf jeden Fall nochmal ein Stückchen besser. Das Laden der Buds im Case und das Laden des Cases dauert bei beiden Modellen immer circa 2 Stunden. Also sowohl das Laden der Buds als auch das Laden des Cases. Das ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung, denn öfter als einmal pro Woche lade ich die Cases sowieso nicht auf. Thema Bedienung. Ich habe jetzt die ER3 schon in den Ohren und kann sagen, die Bedienung ist generell sehr intuitiv und funktioniert gut. Ich gehe jetzt immer von meiner Perspektive aus, wenn ich es erkläre. Und zwar generell, wenn wir jetzt die Lautstärke erhöhen oder reduzieren wollen, können wir beim rechten Bud einmal einfach drauf tappen. Dann wird es lauter. Beim linken kurz drauf tappen, dann wird es leiser. Musik pausieren können wir, indem wir auf einen der beiden einen Doppeltap auf den Kopfhörer machen. Und wir können Musik vorspulen und zurückspulen, indem wir einmal rechts länger gedrückt halten für vorspulen und links länger gedrückt halten für zurückspulen. An dieser Stelle unterscheiden sich die ER3 und die ER3 Pro schon mal, denn die ER3 Pro haben zusätzlich noch Active Noise Cancelling und einen Ambient Sound Mode. Die ER3 haben nichts dergleichen und da ist es so, dass man das Active Noise Cancelling, den Ambient Sound Mode oder den sogenannten Normal Mode, wo halt nichts passiert, durchschalten kann, indem man auf den linken Bad länger gedrückt hält. Dafür kann man bei den ER3 Pro allerdings nicht den Track zurückspulen, sondern nur vorspulen. Dementsprechend könnte man das so ein bisschen als den Vorteil der ER3 sehen, aber dafür haben sie halt kein Noise Cancelling, kein Ambient Sound Mode. Theoretisch haben auch beide Modelle noch einen sogenannten Game Mode, wo die Latenz zum Musik wiedergebenden Gerät verringert werden soll, dass man zum Beispiel beim Gaming einfach einen geringeren Verzug zwischen Bild und Ton hat. Wenn ich jetzt an der Nintendo Switch spiele, da kann man inzwischen auch Bluetooth Kopfhörer verwenden, dann habe ich keine Probleme. Aber ich denke, wenn man kompetitiv Spiele spielt, dann hat man sowieso kabelgebundene Kopfhörer, um latenzfrei zu sein. Ja, aber prinzipiell ist so ein Mode verfügbar, das wollte ich mal erwähnen. Nachdem die beiden Kopfhörer bisher doch ziemlich ähnlich scheinen, bis auf das Noise Cancelling, möchte ich jetzt nochmal genauer auf die Unterschiede bei der Kopfhörer eingehen. Der in meinen Augen größte Unterschied zwischen den beiden Kopfhörern ist die Bauform. Denn die Air 3, die würde ich jetzt mal als offene Bauform bezeichnen, die erinnern an die normalen Apple AirPods, die man quasi einfach so in die Ohren reinhängt. Und dementsprechend hört man auch noch beim Musikhören die Umgebungsgeräusche, was ja teilweise ein Vorteil, teilweise auch ein Nachteil sein kann. Hingegen die Air 3 Pro sind klassische In-Ears, würde ich mal sagen, mit so Böppeln dran, die man richtig in die Ohren reinsteckt und die auch schon so den Ton von außen ziemlich gut isolieren. Dementsprechend liegt es in der Natur der Sache, bei den Air 3 in der offenen Bauform, man hört die Umgebungsgeräusche. Zum Spazieren finde ich das klasse, denn man wird nicht von Autos oder von irgendwas anderem überrascht. Wohingegen man halt bei den Air 3 Pro prinzipiell schon davon überrascht werden könnte. Aber die Air 3 Pro haben ja auch den Noise Cancelling und den Ambient Sound Mode, sodass man dieses Problem wieder lösen kann. Also man kann zum einen halt sich von der Umgebung isolieren, man kann aber auch alle Umgebungsgeräusche wahrnehmen, wenn man das möchte. Generell würde ich sagen, die Air 3 Pro mit den Böppeln halten deutlich besser und fester in den Ohren als die Air 3. Dementsprechend verwende ich die auch, wenn ich Sport machen möchte. Trotzdem habe ich mich öfters dabei erwischt, dass ich die Air 3, den Air 3 Pros mal vorgezogen habe. Denn wenn es um mich herum leise ist, dann finde ich es schön, dass sie nicht so fest sitzen, nicht vollkommen abschließen beim Lernen. Und auch zum Spazieren finde ich es halt schön, dass ich alles um mich herum höre und dass sie nicht so fest drin sitzen. Also es hat durchaus auch Vorteile, diese leichte Bauchraum zu haben. Und ich verstehe auch inzwischen, wie so manche Leute die bevorzugen. Preislich liegen die günstigeren Air 3 bei normalerweise 50 Euro. Ich habe sie aber auch schon Anfang September im Angebot für 40 Euro gesehen. Die Air 3 Pro kosten regulär 70 Euro. Man kann aber auch oder konnte zumindest diese Woche bei Amazon Rabattcoupon anklicken und hat sie dann für 60 Euro bekommen. Ob der Preis gut ist und ob sie viel fürs Geld bieten, das erfahre ich dann im Fazit. Wie bereits erwähnt ist das Active Noise Cancelling der Air 3 Pro, ich sage mal ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Air 3s. Da ist aber auch die Frage, bringt das überhaupt was? Denn wie ich schon erzählt habe, die Air 3 Pro schirmen eigentlich schon von Haus aus aufgrund der Böbel ziemlich gut von außen ab. Sehr fassend war es jetzt so, dass während des Testteilraums bei mir im Haus auch Bauarbeiten stattgefunden haben, sodass öfters mal eine Schlagbaumaschine gearbeitet hat oder dass auch die Straße aufgebuddelt wurde für neue Internetleitungen. Und tatsächlich macht es einen merkbaren Unterschied, ob man Active Noise Cancelling bei diesen Buds ein- oder aus hat. Generell schirmen sie auch schon, wenn es aus ist, ganz gut ab. Aber man hört die Geräusche auf jeden Fall noch von der Straße. Wenn aber allerdings Active Noise Cancelling an ist, dann ist es nur noch ein ganz leises, unterschwelliges Geräusch, das man teilweise schon überhört, sage ich mal. Also da muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Da muss ich aber auch die Erwartungshaltung wieder ein bisschen schmälern. Es ist definitiv nicht das beste Active Noise Cancelling auf dem Markt. Muss es für 70 Euro natürlich auch nicht sein. Aber wenn ich es mit meinen Kopfhörern für über 200 Euro vergleiche, dann ist da auf jeden Fall nochmal Luft nach oben. Der Transparency Mode der Air 3 Pro funktioniert auch ziemlich gut. Den habe ich mir schon beim günstigeren Modell für 30 Euro gewünscht. Und generell würde ich auch sagen, er funktioniert ganz gut. Wenn man auch angesprochen wird, dann hört man auch das Gegenüber ganz gut. Ich habe allerdings auch schon klarere Transparency Modes gehört. Aber wie gesagt, erfüllt seinen Zweck vollkommen und für 70 Euro will ich das gar nicht weiter angreifen. Vielleicht scheint es so, als wenn die ganzen coolen Features den Air 3 Pro vorbehalten sind. Dem ist aber nicht so. Denn mir ist ein Hidden Feature, sage ich mal, aufgefallen. Wenn man das so sagen kann, dass die Air 3 Pros nicht haben. Und zwar ist es ganz stumpf. Wenn ich die Kopfhörer, die Air 3 in den Ohren habe, Musik höre und einen Bud herausnehme, dann wird die Musik pausiert. Und wenn ich ihn wieder reinstecke, geht es weiter. Das können die Air 3. Die Air 3 Pros können das laut Beschreibung. Ich habe es aber nicht festgestellt, dass sie das können. Und ich finde es einfach richtig cool eigentlich. Ich habe auch schon getestet, da wird an der Seite in den Buds, da ist so ein kleiner Sensor drin, der dann das Auflegen spürt. Vielleicht irgendein kapazitiver Sensor, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Man kann es auf jeden Fall auch auslösen, wenn man mit dem Finger auf eine gewisse Stelle auf der Fläche drückt und wieder loslässt. Das finde ich richtig cool und auf jeden Fall erwähnenswert in meinen Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Feature so feiern könnte. Verarbeitungstechnisch sind die beiden Buds prinzipiell auf einem Level. Sie haben auch eine sehr schöne, ich sage mal angeraute Kunststoffoberfläche, die vor allem bei den Air 3 auffällt, weil die ja keine Böbel haben. Die ist sehr angenehm und fühlt sich sehr hochwertig an. Einen Verarbeitungsunterschied kann man aber bei den Cases feststellen, denn bei den Air 3, sage ich mal, wirkt das Case dann doch eher günstiger. Also das ist jetzt hier das Air 3 Case und da wirkt das Ganze nicht ganz so snappy, nicht ganz so... Es wirkt alles ein bisschen locker, es geht leicht auf mit einem Finger, wie ihr seht. Geht zu, sobald man es aufmacht, verbinden sich die Kopfhörer automatisch. Aber bei den Air 3 Pro fühlt sich das ganze Gehäuse im Ganzen schon mal deutlich wertiger an, irgendwie. Es wirkt irgendwie massiver und es geht ein bisschen schnappiger auf und zu. Also es ist viel, viel mehr, ich sage mal, Federkraft beim Aufschnappen dabei und es schnappt besser zu, wenn man es wieder zumacht. Es fühlt sich einfach wertiger an und gefällt mir persönlich schon sehr gut. Also da, sowas gefällt mir einfach, dass es so, so schnapp, schnapp. Das ist einfach, so muss es sein. Also Verarbeitung bei den Air Pro, richtig gut bei den Air 3, das Case ist in Ordnung. Die Buds selber sind aber sehr gut verarbeitet. Nun kommen wir zum wichtigsten Punkt und zwar der Tonqualität. Dafür habe ich mir länger Zeit genommen. Ich habe mir verschiedene Lieder rausgesucht und habe dann immer die Air 3 Probe gehört. Die Air 3 Pro und die Sony WH-1000XM3. Das sind meine Referenzkopfhörer, das sind die besten Kopfhörer, die ich persönlich kenne. Und dementsprechend müssen die das Referenz erhalten, auch wenn ich natürlich nicht erwarte, dass sie das Gleiche leisten. Und damit ihr mal einen Einblick habt, habe ich mir mal rausgeschrieben, was ich konkret getestet habe. Das ist ein bisschen mehr, also ich habe mir allein zur Tonqualität ein DIN A4-Seite aufgeschrieben, was ich alles sagen möchte. Ich versuche mich kurz zu halten. Aber generell erstmal zum Testverfahren habe ich folgende Lieder gehört. Und zwar den Bad Guy von Billie Eilish. Das hat den Vorteil, dass man halt eine sehr gute Tontrennung wahrnehmen kann zwischen der Stimme, zwischen höheren Tönen und zwischen tieferen Tönen vom Beat. Außerdem ist es sehr schön, dass da mal ein Beatwechsel ist, dass man da halt einfach nochmal ein bisschen eine andere Seite hört mit einem Lied. Dann habe ich Adele Hello gehört. Das war eine Zeit lang immer die Referenz für mich, für gute Lieder. Da kann man vor allem hören, wie gut halt Stimmen abgebildet werden und auch nochmal die Tontrennung von Instrumenten zu Stimme. Weiter hören, höre ich zum Testen immer Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Weil da halt vor allem sehr viele hohe Töne vorkommen. Also die ganzen Gitarrentöne am Anfang alleine schon. Ich finde, da hört man zwischen billigen Kopfhörern und guten Kopfhörern auch schon mal definitiv Unterschiede. Und so guter Letzt höre ich dann immer noch Champion von Three Days Grace, weil ich es einfach cool finde. Schauen wir uns zunächst mal die günstigeren R3 an. Hier muss ich ablesen, denn ich habe mir echt viel aufgeschrieben. Beim Thema Klarheit und Tontrennung kann man erstmal generell sagen, dass das ganz gut ist. Denn die Höhen und Tiefen verschwimmen prinzipiell nicht. Der Gesang wiederum hört sich generell gut an, aber nicht herausragend gut. Also wenn ich jetzt teurere Kopfhörer nehme, dann hat man nochmal viel mehr Nuancen im Gesang. Aber im Großen und Ganzen klingt es schon ganz gut. Die Höhen werden auch klar und definiert wiedergegeben. Die Bässe bei den R3 lassen aber eher zu wünschen übrig. Sie sind prinzipiell vorhanden. Ich habe ja auch schon auf meinem Kanal andere Kopfhörer getestet. Da waren keine Bässe vorhanden, also keine Sorge, bei den R3 hört man schon Bass. Aber es sind keine Basswunder, was sicher auch daherkommt, dass die halt nicht richtig fest im Ohr drin sitzen, dass sie nicht richtig die Umgebung abschirmen. Aber dass man hier schon mal die richtige Erwartungshaltung hat. Bei den R3 Pro ist das Gesamtbild in gewisser Weise ähnlich. Auch so die Tontrennung ist so, dass hohe und tiefe Tönen nicht ineinander verschwimmen. Die hört man klar separiert voreinander. Der Gesang ist noch mal deutlich besser bei den R3 Pro gegenüber den R3. Aber es gibt immer noch Luft nach oben bezüglich der Klarheit beim Gesang. Wie gesagt, meine Referenz sind 200 Euro Kopfhörer. Die Höhen generell gefallen mir gut, da habe ich nichts dran auszusetzen. Und den Bass würde ich schon als ziemlich gut bezeichnen. Das sind schon satte, ordentliche Bässe. Ich finde es auch verblüffend, dass man aus so einem kleinen Kopfhörer auch schon solche Bässe rausbekommt. Es sind sicherlich nicht die stärksten und besten Bässe auf dem Markt. Aber mir persönlich haben sie schon ziemlich gut gefallen. Daher kann ich jetzt, weil ich das so runtergerissen habe, als allgemeinen Eindruck sagen, die R3 gefallen mir prinzipiell gut. Anspruchsvolle Musikhörer werden sie definitiv nicht überzeugen. Dafür ist zu viel Spielraum bei den Höhen, bei den Tiefen und bei der Klarheit im Ton. Aber ich trage sie halt unglaublich gern zum Spazieren und auch zum Lernen, wenn es leise um mich herum ist. Und würde sagen, für 50 Euro macht man definitiv nichts falsch damit. Also auch wenn ich das jetzt nicht in hohen Tönen lobe, sie sind schon ziemlich gut für das Geld. Die R3 Pro sind tonlich in einer anderen Klasse. Die haben nochmal bessere Tontrennung, vor allem bessere Bässe. Da macht es dann auch richtig Spaß, zum Beispiel meinen 3 Days Grace Champion zu hören, weil halt richtig Bässe dabei sind. Da kommt Rockmusik auch nochmal richtig gut rüber. Und generell würde ich sagen, für 70 Euro performen die R3 Pro in meinen Augen herausragend gut. Abschließend möchte ich noch zum Thema Pairing und zur Mikrofonqualität kommen. Das Pairing funktioniert ziemlich einfach. Also verbinden mit dem Smartphone, verbinden mit dem Laptop. Beim ersten Mal einrichten klappt man sie einfach auf. Wählt beim Smartphone halt Gerät suchen aus und wählt sie aus und sie verbinden sich. Wenn man die Kopfhörer wieder ins Case tut und zuklappt, ist die Verbindung wieder zu Ende. Die Kopfhörer werden ausgeschalten. Und sobald man das Case wieder aufklappt, verbinden sie sie automatisch wieder. Beim Verwenden mit mehreren Geräten ist es so, sie verbinden sich immer mit dem zuletzt. Verwendeten Gerät. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit dem Laptop verbunden war und zuvor am Smartphone. Und beim Laptop ist aber gerade der Laptop aus oder Bluetooth aus und ich klappe sie auf. Verbinden sie sich gar nicht. Heißt, ich muss erst beim Handy dann wieder beim Bluetooth die R3 auswählen. Weil sie mir als aktive Geräte angezeigt werden. Dann verbinden sie sich. Soweit sehr unproblematisch. Und soll es doch Probleme geben, kann man über längeres Drücken auf dem Knopf, das steht in der Anleitung, die Kopfhörer auch zurücksetzen. Dass alle Verbindungen gekappt werden. Beziehungsweise man kann sie glaube ich auch so in den Pairing-Modus versetzen, aber das aufklappen. Und wenn sie keine Verbindung haben, gehen sie automatisch im Pairing. Das klappt halt wirklich problemlos. Beim Thema Mikrofonqualität habe ich mir nur ganz kurz Testaufnahmen angehört und WhatsApp-Memos, die ich abgeschickt habe. Prinzipiell funktionieren beide Mikrofone. Besonders gut klingen beide nicht. Die R3 sind ziemlich dumpf, als wenn man irgendwie was zuhalten würde. Ich habe aber auch an den Ohren ein bisschen die Kopfhörer gedreht und habe immer ähnliche oder gleiche Ergebnisse erhalten. Die R3 Pro sind dafür klarer, aber rauschen. Dementsprechend zum Tonaufnehmen bei einem Video auf keinen Fall. Für WhatsApp oder Videocalls geht das schon klar. Das ist jetzt eine Testaufnahme mit dem Soundpeats R3. Einfach mal als Referenz, damit man so weiß, wie sie klingen, wenn man zum Beispiel telefoniert in einer Konferenz ist oder ähnliches. Wie findet ihr die? Das ist eine Testaufnahme mit dem Soundpeats R3 Pro. Die Soundqualität beim Musikhören finde ich schon mal hervorragend. Aber wie handhabt sich's denn mit dem eingebauten Mikrofon? Für Voice Calls habe ich bisher keine Beschwerden bekommen. Das ist jetzt eine Testaufnahme mit den Mikrofonen meines Smartphones, einem Samsung Galaxy S10e. Das dient einfach dazu, dass man mal eine Referenz hat, wie denn ein anderes Mikrofon gegenüber den integrierten Mikrofonen der Kopfhörer klingt. Fazit. Sowohl die R3 als auch die R3 Pro sind gute Bluetooth-In-Air-Kopfhörer. Punkt. Die R3 kann ich empfehlen, wenn man diese Bauform mag, ähnlich wie sie bei den AirPods ist, die quasi so im Ohr drin hängen, ohne Böppel. Denn für 50 Euro bieten sie wirklich viel fürs Geld, funktionieren gut, sind leicht zu bedienen und komplett unproblematisch. Also haben mir sehr gut gefallen. Die R3 Pro sind besser als die R3 in Thema Tonqualität, in Thema Features. Dementsprechend ohne Frage sind sie besseren Kopfhörer. Deswegen kosten sie auch 70 Euro regulär. Und wenn ich jetzt nur ein paar Kopfhörer kaufen müsste, wenn ich jetzt keine da hätte an den Ears, würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die R3 Pro nehmen von Soundpeats. Weil sie einfach ein sehr gutes Rundum-Paket bieten. Zum Spazierengehen habe ich den Ambient Sound. Ich habe zum Lernen, wenn Menschen um mich rum sind, wenn es ein bisschen lauter ist, Noise Cancelling. Und wirklich gute Tonqualität, die ich für 70 Euro als besser empfinde. Also ich würde sagen, ich erwarte so eine Tonqualität eher ab Kopfhörern über 100 Euro. Wenn ihr euch für die Soundpeats R3 oder die R3 Pro interessiert, könntet ihr gerne über meine Links in der Videobeschreibung, meine Amazon Affiliate Links, bestellen. Dann bekomme ich eine kleine Provision. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bei Soundpeats bedanken, dass sie mir die Produktexemplare zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ich bin wirklich sehr zufrieden und kann sie an dieser Stelle weiterempfehlen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe die gestellt bekommen, ich empfehle die sowieso weiter, dann schaut mal die letzten paar Videos auf meinem Kanal. Die ein oder andere Kooperation gibt's. Da bin ich nicht so gut drauf zu sprechen. Das war's mit dem Vergleich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. An dieser Stelle will ich einfach mal anmerken, wie komisch es sich anfühlt, sich selbst von der Seite abzufilmen, um Kopfhörer zu zeigen. Naja, ich mache mich jetzt ans Abendessen. Ciao.